Seit 35 Jahren ist PBI im Einsatz, um Raum für Frieden, Menschenrechte und Gerechtigkeit zu schaffen. Menschenrechtsverteidigerinnen, die sich für die Rechte ihrer Gemeinschaften einsetzen, sind privaten, staatlichen oder militärischen Akteuren oft ein Dorn im Auge. Sie werden bedroht, verfolgt, eingeschüchtert, kriminalisiert und auch ermordet. Aber eben dieser Einsatz ist vonnöten, um die Öffentlichkeit über die Menschenrechtssituation in diesen Gebieten zu informieren. PBI sendet Freiwillige in Konfliktzonen, um die Menschenrechtsverteidigerinnen zu begleiten und durch die internationale Präsenz potenzielle Aggressoren abzuschrecken. Etwas dürfen wir nicht vergessen. Ohne den Einsatz von mutigen Menschen aus aller Welt wäre PBI erfolglos. Bei PBI ist es wie mit einer Gleichung. Dank der Präsenz von Freiwilligen wird ein Raum geschaffen, in dem die Menschenrechtsverteidigerinnen ihrer Arbeit nachgehen können. Ohne das wachsame Auge der Freiwilligen und PBI sind Aktivistinnen Aggressoren ausgesetzt und müssen um ihr Leben fürchten. In den letzten 35 Jahren waren schon über 100 Schweizerinnen in Konfliktgebieten im Einsatz. Unser Dank gilt Ihnen. Wir möchten uns bedanken in Form von Flaschen. Flaschen für Frieden verbinden alle Schweizer PBI-Freiwilligen von gestern, heute und morgen auf ihrem weiteren Weg. Herzlichen Dank für Ihre Spende.